Die Ersatzbank zu schade Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter So einen hab ich auch mal gebaut Nur dass die rotierenden Rasierklingen fehlen Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Als erfahren für manche Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos Passt rein Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen Ah, jetzt seh ich's auch Der Turm wackelt schon bedenklich Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen Ähm, Rufus Willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen Keine Sorge, Doc Mir geht's schon zu... Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm Warentransporter aus dem Sprengturm Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen Das wäre der reinste Wahnsinn Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat Cool Hör mir doch zu Nur dieses eine Mal Sie zu benutzen wäre das Allerdümmste, was du tun könntest Genau Niemand würde damit rechnen Es sei denn, sie kennen dich Wo ist Bozo? Unten im Cockpit Er versucht den Generator wieder anzuwerfen Aber die Stromkollektoren sind entleert Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen Das ist zu lang Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst Für mich ist es da unten zu eng Hm, ich weiß nicht Rufuf Rufuf Herr Ruhig hielt er die Lampe Hm, ne Ach, das wird nix Ich finde schon einen anderen Weg Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht Wieso? Das wäre da rein Sein bestenfalls werden dann Also BRC So eine Gewinnzweisch Ich probier mal was Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach Ich hasse dich Ich hasse dich abgrundtief Danke, Doc Ja, auch viel Glück Ohne mich werden sie alle draufgehen Das würde ihnen zwar recht geschehen Aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? UNTERTITELUNG Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Käpt'n Kakerlake. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Käpt'n Kakerlake. Das dumme Vieh besetzt aber da ein Hoch. Ein ausgemustertes... Genetische Verschmelzung ist irreversibel. Dann lachen ja die Hühner. Ahahahahaha, weh, 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 weh. Aua, hier ist eine Luke. Äh, ich meine. Aua, hier ist eine Luke. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich. Schnappt ihr eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ohne die selber schuld. Es hat die genetische Verschmelzung gut. Ohne die für selber schuld. Der Organon ist in der Überzahl. Na, solange diese Trottelkanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Ähm, du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Ähm, du weißt schon. Oh Spannende Musik Go, go! Das war's für heute. Das war's für heute. Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag von Funk Oh, 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 oh. Das war's. Das war's. Es hat die genetische Verschmelzung gut gemacht. 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 So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Das ist die genetische Verschmelzung gut gemacht. So, raus da mit dir. So, raus. Warum hab ich... Das ist die genetische Verschmelzung gut gemacht. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm, Goals Fernbedienung fehlt leider. Die muss sie noch bei sich haben. Die Datasetten haben ganz schön gelitten, aber nicht so sehr, wie Kletes leiden wird. Die gebe ich vorerst nicht mehr aus der Hand. Sie ist jetzt mein einziger Trumpf in diesem verworrenen Spiel. Hm, kein Bild, kein Ton. Oh, hey! Psst, nicht so laut! Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei, ein Halb, eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Kletes da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Puch! Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Bäh! Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar, leg los. Kletes ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah, fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Darum ist Kletes der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungsjamjam. Wofür? Hat dir Baby Goal schon alles erklärt? Ich wollte. Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja? Das war dein Plan? Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht streiten. Keine Sorge, Baby. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, aber Nanu? Ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawallgoal. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir drei Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins, ich... Zwei... Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinab schaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So! So, und nun? Oh, langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's ne Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Ew! Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies. So was kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Dir sind wirklich alle Mittel recht, oder? Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So. Wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach Zuurteilen in einer Jauchegrube. Was? Na warte! Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Bestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Äh, Cletus? Wo ist er hin? Hm, Goals Fernbedienung fehlt leider. Die muss ihn noch bei sich haben. Jetzt bin ich am Drücker. Na, dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown! Nein, 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 nein! Stopp, 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 stopp! Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich habe dich doch gesehen, wie du... Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einem Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Gold. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan. Oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Gold? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Hm, kein grandioser Plan heute. Boah, enttäuschend. Du Schwachkopf. Was tust du? Tch, ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Oh, miese Kanalbazille. Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Dieser Verräter. Dieser Verräter. Was tust du? Was? Was? Was ist hier? Was? 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 Ringing Goal ist in der Defensive. Teilt ganz schön aus. Das wäre jetzt keine gute Idee. Baby-Donner-Ghoul hat keine Chance gegen Baby-Ghoul. Baby-Donner-Ghoul hat keine Chance gegen 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 Baby-Donner-Gh Krawallgoal! Was? Lady Goal, habt doch ihre Fernbedienung! Und? Schnapp dir die Fernbedienung! Nein! Hey! Hab sie! Und nun? Ich weiß, du liebst mich! Aufdrücken! Brüllen auf die Fernbedienung! Nicht! Du! Ich? Flattertüten? Stecht ihnen die Augen aus! Hab sie! Fehler! Netter Versuch, Rußschmutz! Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern! Eigentlich sollte ich dich töten! Aber langsam tust du mir leid! Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren! Ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben! Ohne jede Hoffnung! Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen! Von alleine würdest du niemals aufgeben! Ein kleiner Tritt nur! Aber... Aber... Das ist leider unmöglich! Du hast da nämlich etwas, das mir gehört! Die geb' ich vorerst nicht! Sie ist jetzt mal... Die geb' ich, sie ist jetzt... Zum letzten Mal! Gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung! Ich weiß! Du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will! Hier geht es gar nicht um Goal! Oder? Verklempere nicht meine Zeit, du Freak! Gib mir jetzt die Fernbedienung! Oder wir fliegen alle in die Luft! Die Bombe tickt! Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrackel! Ich sollte dich... Goal! Das war er! Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus! Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben! Aber offenbar lagst du richtig mit ihm! Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt! Hilf mir hoch! Ja! Ja natürlich! Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe! Ich habe dir Unrecht getan! Ich dachte nur... Ich dachte, du würdest mich anlügen! Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen! Nicht ihm! Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten! Unfassbar! Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein! Und trotzdem war es so, oder? Gliedes ist der Lügner, richtig? Äh... Naja... Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre dann noch! Was? Ich muss alles wissen! Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein! Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen! Und ich will dir doch vertrauen! Hm... Ähm... Da ist doch irgendwas! Raus damit! Ja, wie soll ich sagen? Sag es einfach! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Gliedes hat dich nicht belogen! Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet! Das war ich! Du? Heißt das etwa, Gliedes hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Hm... Irgendwie schon! Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin! Oder? Nein! Es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Gliedes! Goal! Goal, lass mich nicht hängen! Ich hab dir doch alles gesagt! Goal! Na, Rufus? Hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch! Du willst gar nicht gewinnen! Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher! Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch! Ich hab zwei Damen! Was hast du? Spielen wir jetzt mit? Pst! Tja! Sieht so aus, als hättest du's mal wieder versaut, Rufus! Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen! Jetzt hör schon auf mit deinem quasi moralischen Blödsinn! Es ging dir noch nie um die Menschen! Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen! Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau! Du bist der schmutzige Underdog! Der Außenseiter aus der Unterschicht! Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst! Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich! Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponea zu zerstören! Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst! Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein! Diese Jammergestalten? Dass ich nicht lache! Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist! Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat! Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast! Äh... Ähm... Okay, Themenwechsel! Goal wird das nicht zulassen! Sag es ihm, Goal! Es tut mir leid, Rufus! Mir auch! Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen! Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist! Ganz schön tapfer! Aber es reicht nicht! Leider! Du hast mich einmal zu oft enttäuscht! Du hast die Mädels gehört! Das Spiel ist aus! Das ist noch nicht das Ende! Ich verstehe! Du hoffst auf einen dritten Akt! Der Held läuft auf die Startbahn! Klopft an das Fenster des Hochbootes! Die Sache hat nur einen Haken, Rufus! Du bist kein Held! Du bist eine tragikomische Witzfigur! Und dies ist auch keine romantische Komödie! Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß! Bei dem es am Ende keine Antworten gibt! Kein Happy End! Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild! Was zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert! Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist! Irgendwie sowas! Ich habe noch die andere Fernbedienung! Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal! Die kannst du gerne behalten! Das Spiel ist vorbei! Und der Hauptgewinn reicht mir! Zwei wundervolle, bildschöne Frauen! Eine rechts, eine links und ich in der Mitte! Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint! Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich! Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten! Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig! Das komplette Chaos! Wie Rufus! Genau! Vollkommen nutzlos! Ähm, du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich! Das gefällt dir doch so an mir! Ja! Ja, du hast recht! Aber es ist ein Teil von dir, Goal! Ohne ihn bist du nicht komplett! Das ist uns vollkommen wurscht! Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes! Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen! Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr! Danke, Rufus! Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen! Danke, Cletus! Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen! Das ist doch das, was ihr am besten könnt! Leb wohl, Rufus! Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt! Nein! Das kannst du nicht tun! Cletus! Goal gehört zusammen! Wartet! Ich... Das wird langsam anstrengend hier! Äh! Äh! Auch das noch! Sie haben aufgehört zu schießen! Na endlich! Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau! Aua! Rufus! Alle mal aufgebascht! Es ist Rufus! Hurra! Janosch! Ihr lebt! Natürlich leben wir! Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden! Der Turm fliegt gleich in die Luft! Dann lass mich schnell alle zusammendrommeln! Vergesst mich nicht! Goal! Eh schon wieder! Goal, du... Aber... Warum bist du nicht bei Cletus? Tja! So verlockend die Aussicht nach Hause zu kommen auch war! Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst! Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt! Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst! Aber ich fand mich auch ganz lässig! Und Cletus hat getobt! Im Angesicht der drohenden Explosionen hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht! Apropos Explosionen! Wir sollten keine Zeit verlieren! Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby-Goal nicht auch vermissen? Tja! Ich habe da noch was gefunden auf dem Weg hier runter! Sie wird es sich noch anders überlegen! Vertrau mir! Herr Botschafter! Es wird Zeit! Der Turm ist evakuiert! Wir müssen unverzüglich los! Ja doch! Ja doch! Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst! Das wusstest du nicht! Wusste ich doch! Ich kann auch wieder gehen! Wirst du aber nicht! Argos Plan zur Nichte und Schluss der Geschichte! Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen! Und würd dich bewegen, den Stolz abzulegen! Abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen! In brenzliger Lage geht es um Courage! Und um Schnabel-Tiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren! In Untergrund-Organisationen, aber es ist egal! Lass die Körper stehen! Jetzt ist sie zu spät zu gehen! Ihr Haupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Großer, wie wär's mit Heilbrom! Au árAM-울bertots von O Benjaminك? Hier gibt es einen Grenzen mache. Lloyd team hat eine ganze Kinaanazon sein! Nach Madrid hat erottet. Hier ist ein Ganzes Wohn 실w班 als internationally. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020